Musik Hallo, mein Name ist Thorsten Willern vom Musikzug der Feuerwehr Dortmund und heute öffnet sich das Türchen unseres Adventskalenders einmal mit der Vorstellung des Musikzuges der Feuerwehr. Musik Hauptberuflich bin ich der Fuhrparkon in Landtag der Feuerwehr Dortmund und dirigiere daher die 416 Fahrzeuge, die uns zurzeit zur Verfügung stehen. Und in meiner Freizeit bin ich Leiter des Musikzuges mit seinen zurzeit 30 Angehörigen außerhalb und innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Musik Musik Beim Musikzug gibt es eine kleine Besonderheit. Wir sind der jüngste Zug der Feuerwehr Dortmund, wurden 2014 gegründet, sind ein Orchester in Harmoniebesetzung, so nennt sich das. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Blasmusik dabei, spielen alles durch alle Genres, sag ich mal, von moderner Musik über klassische Blasmusik und Unterhaltungsmusik, haben Spieler mit dabei im Alter von 16 bis zu 75 Jahren und freuen uns auch über mögliche Mitspielkandidaten. Das heißt, man muss kein Feuerwehrmann sein, man hat einfach Lust ein Instrument zu spielen, ist vielleicht schon ein bisschen notenfest und kann dann montags zu uns zur Probe kommen. Wenn die Corona-Zeit vorbei ist, hoffen wir, dass wir unsere Räumlichkeiten auf der Feuerwache 8, dort haben wir eigenen Probenraum, wieder nutzen können. Und interessierte Mitspieler sind dann gern gesehen in der Zeit von 19 bis 21.30 Uhr einfach reinkommen. Man muss kein Feuerwehrmann sein, man muss keine feuerwehrtechnische Ausbildung haben. Wir sind eine tolle Truppe und es macht richtig Spaß. Musik In der Corona-Zeit, wir haben eine Aktion gestartet, haben wir so ein kleines Balkonkonzert gegeben. Das heißt, wir haben uns mit Mitgliedern des Musikzuges getroffen und mit Senioren im Altenheim ein kleines Konzert mit Abstand und unter allen gültigen Corona-Sicherheitsregeln gegeben. Das war unser letzter öffentlicher Auftritt. Musik 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 Musik